Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead. Inzwischen befinden wir uns in der Season 2. Season 1 haben wir ja komplett durchgehabt, inklusive dem DLC 400 Days. Und soweit ich weiß, sollen auch die Entscheidungen aus diesem DLC hier mit hineinfließen. Da bin ich natürlich mal absolut tierisch gespannt drauf. Es ist natürlich schon mal ein bewegter Hintergrund. Das ist schon mal sehr schön. Ja, das haben die ganz toll hinbekommen. Und ich bin jetzt mal wirklich gespannt, ob auch die ganzen Spielstände aus den ersten Teilen quasi mit übernommen werden. Wie man unschwer sehen kann, werden wir wohl irgendwie auf jeden Fall wieder was mit Clementine zu tun haben. Episode 1, alles was bleibt. Dann wollen wir doch einfach mal die Episode 1 starten und gar nicht mehr lange schnacken. Gucken wir mal. Okay, Spielstand der ersten Staffel importieren. Die zweite Staffel von The Walking Dead basiert auf den Entscheidungen und Konsequenzen aus Staffel 1. Dein System wird nun automatisch nach einem Spielstand aus der ersten Staffel, deren Episoden abgeschlossen wurden, durchsucht. Sehr gerne doch. So, Spielstand gefunden. Ein Spielstand wurde gefunden aus der Staffel 1, um die Handlung fortzuführen. Sehr gerne doch. Das ist natürlich echt cool. Da, Staffel 1 abgeschlossen. 400 Tage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Clementine. Du hast alles bei dir selbst durch das. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß, dass du ein Börder bist. Das ist wie der Welt funktioniert jetzt. Wir? Sind die schlechte Menschen tot? Ich hoffe, dass du wissen, was du mit ihr machst. Ich habe es. Molly sagt, Crawford ist der einzige Ort in Savannah, der noch hat Menschen. Das bedeutet, dass es wo meine Mom und Dad sind. Okay, du kannst kommen. Aber du musst dir sagen, dass du calmest. Clementine! Clementine! Oh, nein. Ich weiß, wie ein Vater sein. Ich weiß, dass sie nicht so gut ist, was sie mit dir ist. Die! Lee, ich sehe meine Eltern. Komm her, Sweet Pein. Du kannst mich verlassen. Es ist okay. Du kannst mit mir kommen. Nein, honey. Ich kann nicht. Es ist okay. Du kannst Feedback nicht vermitteln. Du kannst dich doch nicht, Christa. worden ist von den Taltei Games Studios. Die präsentieren wir wieder in Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment und Clementine. Das freut mich, dass ich wieder Clementine zu Gesicht bekomme in der Episode 1 Alles, was bleibt. Umid, du kannst nicht ernst sein. Ich bin. Wir machen das nicht. Warum nicht? Weil... Komm schon, Krista. Was ist mit Umid? Wir sind nicht die Baby Umid. Ein von euch ist genug. Clementine, ein bisschen Hilfe hier? Umid II. Oh, Krista. Umid Junior? Nein. Und, äh, Umid ist... Ich bin noch gar nicht richtig drin wieder. Du zwei sollten entscheiden. Die Verteidigung. Ja? Na, mein Verteidigung für zwei. Das ist nicht fair. Sind Sie bald in die Arbeit? Nein? Dann spreche nicht mit mir über das fair. Du hast es nicht ernst genommen. Ich nehme alles ernst. Besonders Little Omids Zukunft. Okay. 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 Hallo? Is anybody there? So. Kontrolliere die Toiletten, ob sie sicher sind. Benutze WASD und die Maus und dich umzusehen. Ich hoffe nur, dass da nicht immer die ganzen Infos kommen oben. Weil ich weiß, dass ich die... Ich weiß, dass ich hier rumlaufen muss. So. Eine kurze Sache noch. Und zwar nämlich habt ihr das vielleicht gerade ganz kurz im Vorspann gesehen gehabt. Normalerweise ist dieses Spiel halt auf, äh, Englisch. Und zwar gibt es tatsächlich bei Steam keine deutsche Übersetzung. Und Gott weiß warum. Aber da möchte ich mich einfach ganz recht herzlich bei der Webseite schote.biz bedanken. Weil die haben ein unheimlich großes Arsenal und an, ähm, ja, an Übersetzungen für Spiele, die tatsächlich nur auf, äh, Englisch existieren. Und da, ach, ihr möglicherweise vielleicht nicht alle des Englischen mächtig seid. Und, ähm, ja, hab ich mir einfach mal gedacht, ich, ähm, spiele die deutsche Version quasi. Ja? Nur das schon mal zur Info. Also wenn ihr das Spiel mal auf, ähm, Deutsch spielen wollt. Zumindest auf dem PC. Ich weiß nicht, wie das bei den Konsolen aussieht. Auf jeden Fall, hier ist es so, dass unter Schote.biz das Ganze downzuladen ist. Und ist eigentlich super einfach die Installation. So, jetzt wollen wir aber mal hier weiter schauen. Und ich dachte, ich hatte die ganze Zeit irgendwie im Kopf, Omid und Krista, sein Geschwister. Aber, ha, ha, anscheinend ja doch nicht. Komm, ich geh... Nein, ich geh nicht zur letzten Toilette. Auch wenn ich mir gut vorstellen könnte, dass... Nein, der Hase ist verblutet. Oh mein Gott. Ein Bild des Schreckens offenbart sich hier. Ups, da ist doch tatsächlich keiner drin. Ich hätte jetzt gedacht, da ist wirklich einer drin. Aber was ich toll finde, ist, dass Clementine Omid und Krista gefunden hat. Tatsache. Aber ich frage mich eigentlich, wieso Omid und Krista so weit draußen gefunden worden waren. Weil die sollten doch ein Boot finden. Na egal. Wird schon Sinn und Zweck haben, das Ganze hier. Ja, das hoffe ich allerdings auch. Ja. Ist halt doof. Die Clementine. Ah. Ja, ist klar. Äh, wo ist die denn jetzt runtergerollt? Unter... Die hintere, ne? Die ist ja quasi durchgerollt, oder? Ja, doch. Tatsache. Mir war auch so. Krista. Ist das Krista? Ich kann es nicht erkennen, ob das Krista ist. Aber ich glaube, wenn Clementine sich so verhält, ist das nicht Krista. Nein, das ist bestimmt nicht Krista, sonst würde die ja nicht irgendwie... Geil, ey, Clementine. Hast du die Knarre dort liegen lassen? Was ist mit dem Klodeckel? Oh-oh. Oh-oh. Nein, kannst du gar nicht. Naja, ich glaube, ich habe nicht wirklich die größte Wahl jetzt gerade. Ich glaube, ich glaube, ich habe nicht mehr. Du hast irgendwas mit dir? Komm schon, schauen wir mal. Nein, das ist alles, was ich habe. Das ist es? Wie hast du es so lange gemacht? Ich bin ernsthaft, was hast du noch? Das ist es. Keine Worte, ich werde dir sagen. Gib mir was du hast. Ich bin nicht schreitig, komm schon. Nein, nicht die Mütze. Wo hast du es? Ich habe dir eine Frage gefragt. Schreitig, Schreitig, Schreitig. Ich bin nicht schreitig, Schreitig. Schreitig, Schreitig. Schreitig, Schreitig, Schreitig. Und mehr Schreitig. Warum hast du nichts gut gemacht? Nicht wie die letzten Leute, ich habe. Sie hatten viele gute Schreitig. Das war ein guter Verletziger. Die hat jetzt um Meter schossen? Na, echt jetzt? Man hat ganze Zeit... Oh nein. Wegen so einer Bekloppten, ey. Ja. Ah, das ist doch scheiße. Nein, das wolltest du nicht, ne? Nein, das ist doch scheiße. Das ist ja mal wirklich ein geiler Einstand in die Staffel 2, würde ich doch mal behaupten. Da wird direkt mal um mir die Eiskalt abgeknallt. Und 16 Monate später. Inzwischen müsste doch auch das Kind da sein, ne? Oder Christa ist auch gestorben, weil sie ja das Kind bekommen hat. Nein, Christa ist da, Gott sei Dank. Ja, talk to me. Das wird nie funktionierbar. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. There's more smoke than flame. Keep trying. There's only so much I can do. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Umid wanted to eat with... We can't build a big fire at night. It attracts too much attention. It's too dangerous, when we're out here by ourselves. We need to eat, don't we? We can't survive without food. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. Why shouldn't we actually go to Wellington? It'll be better there, right? It's safer maybe. So they say. But I don't know. It has to be. I know it will. We'll see. We just need to keep moving north. Alles klar. Wellington ist wohl so eine Art Zufluchtsort oder so. Und da wollen wir ganz unbedingt hin. Ich frage mich nur, ob wir da schon hinwollt mit Umid. We need to get to Wellington. We'll try the best we can. I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Ich werde mein Bestes geben. Ist das ein Hase? Sieht aus wie ein Hase, ne? Das ist ein Hase. Lecker. Glaube ich. Ich habe eigentlich selber noch nie Hase gegessen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Oh, li, li, li. Ach, Mensch. Ich, ich muss gucken, ob ich gleich irgendwie, ich muss mal, ob ich irgendwie die Infos auskriege. Vielleicht Gameplay, Anzeigenstil, minimal, denke ich mal. Ich mache das jetzt mal und gucke mal, ob das da so richtig ist. Mir wird mal angezeigt werden, was ich zu tun habe. Dadurch geht das Spiel ja dann noch schneller vorwärts. Ich will es ja ein bisschen ausprobieren. Ja, mir muss nicht die ganze Zeit. So, okay, was habe ich? Ich kann die Sachen aber nicht anklicken, die in meinem Inventar drin sind. Mal wieder nicht. Ach, das war ja Kenny und, 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 äh, Katja und, äh, Doug. Wenn ich mich nicht völlig irre. So ein klassisches Mädchenfeuerzeug war das, ne? Schön mit einem pinken Schmetterling drauf. Ne? In diesen Zeiten, in denen die Clementine hier auch lebt, muss das ja auch sein. Also, man muss sich noch irgendwie ein bisschen Menschlichkeit bewahren. Sofern es irgendwie möglich ist, natürlich. So. Schauen. Hä? Ach so. Hä? Drücke und halte die linke Maustaste, um das Feuerzeug anzuzünden. Dann bewege die... Oh. Okay. Wenn ich jetzt loslasse... Ah, ja, wie cool. Ah, ich kann auch tatsächlich wieder zurückziehen. Ja, ey, ey, dir verbrennt doch gleich die Hand. Da singen wir rein. Okay, cool. Also, ich finde cool, dass da wieder eine neue Interaktion drin ist. Dass man also tatsächlich die linke Maustaste gedrückt halten muss. Cool. Ich hab noch gelesen, und zwar nämlich, ich kann mit der Shift-Taste mich tatsächlich diesmal ein bisschen schneller bewegen. Inzwischen haben sie Rennen gelernt. Was ich ja echt cool finde. Ja. Ich hoffe es für dich mit. Ah, ach so. Mit Hilfe des Mausrades kann ich jetzt sogar sagen, was ich benutzen möchte. Alles klar. Ja, cool. Ja, oder? Wie mach ich das denn? Äh... Rechte Maustaste vielleicht? Ach so, ne, diesmal muss ich mit der Maustaste, also mit dem Mausding muss ich mich jetzt hier immer entscheiden, ob ich gucken will oder... Schade, dass das nicht auf der rechten Maustaste oder so gehen würde. Na ja, gut. Wir werden uns schon an das neue Interface gewöhnen. Vermutlich. Verbrenner Holzklotz, Verbrenner Zeichnung, Verbrenner Lies' Foto. Verbrenner Holzklotz. Ich werde doch nicht meine einzigen Erinnerungen an die Leute verbrennen. Es sei denn natürlich, ich muss es tun. Dann bleibt mir ja nicht viel... Aber, nein. Was ist das denn? Wer vertört sich das an?